Ja, Freunde, herzlich willkommen bei W.O.W. Gerappa, gerappa, Mann. Gerappa. Oh, Korpus Delicti, ich bin dabei, Freunde. Ja, mein erster Todesritter. Ich bin gespannt, was mich da so erwartet. Habt ihr überhaupt schon mal was gemacht hier, oder wo hängt die jetzt rum? Na, hast du hier die Quest ein Schwert gemacht, oder? Ich hab mein Schwert schon fertig, ja. Na dann los, geht's weiter zur nächsten Quest. Wo ist sie denn? Äh, ich glaub wir müssen jetzt erstmal... Mit Prägung versehen. Hier müssen wir irgendwie kämpfen. Achso, dort seid ihr erst. Achso, und dann geh ich schon mal zum Onkel Doktor hoch, zum Lichtkönig. Hä, wieso gehst du zum Lichtkönig hoch? Na, weil ich schon hier fertig bin. Hä, wo mach ich denn die Waffe mit Prägung her? Bin ich doof? Oben bei der, äh, Dings da bei dem Maul da, Runenschmiede. Ja, das hab ich ja schon, aber... Ne, die Prägung, Waffe mit Prägung versehen. Da musst du, äh, in dein Zauberbuch gehen, und da hast du dann... Einen neuen Beruf. Genau, warte kurz. So, sowas wie, sowas wie ein Beruf ist es fast. Da hast du irgendwo in der Liste. No. Das kann auch sein, dass du's bei dir unten drin hast. In deinem Aktionsleister steht irgendwas mit Runenprägen drinne. Runenschmiede heißt das. Und dann gehst du da hin, wählst dein Schwert aus, und dann deine Runenprägung drauf, und dann kannst du auch so irgendwas drauf prägen willst. Welches mach ich? Ist egal. Such dir aus. Musst gucken, was dir am besten gefällt. Ja. Ich hab bei meinen Waffen später dann immer eigentlich dasselbe drauf geprägt, und das ist hier so, dass ich 3% meiner Lebensenergie mit Glück regeneriere, und, äh, in so'n Art Berserker-Mode umgehe. Also, da krieg ich dann mehr Angriffskraft, wenn ich in dem Modus bin. Richtig, so in der Art, ja. So, in der Art. Hm, komm her, hier. Gib's auf die Fresse. Ich bin ja schon fertig. Giduli! Zack! Okay. Wah, ha, ha, ha. Warum fertig, man? Toll, ich kämpfe hier auch noch mit ihr. Mach kein Schaden, ich sag doch, ich komm mit dem Film klar. Na, also am Anfang so. Aber wenn du dann fertig bist, dann... ... du bist du üüüüüübelst imbar. Glaub ich. Ich hatte schon nen Todes-, oder ich hab nen Todesritter schon auf E-79 und trotzdem hat es viel keinen Spaß gemacht. Toll. Hm. Wie gesagt, bei mir ist Todesritter mein Lieblings-Charakter. Und danach mein Hunter. Kniet vor eurem Meister. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal nochmal reinfitzen. Wie war denn das mit dem Auge? Muss ich mich da gleich nochmal reinfitzen hier. Ach, das geht doch von alleine erstmal. Achso, da war ja was. Okay. Da werden wir jetzt erstmal ein paar Ghoul aussetzen. Ich mach mit, die ist jetzt auch ein paar Jähren. Wir sind hier total falsch. Kapelle? Ich mach doch nicht. Aber irgendwo da hinten am Arsch der Welt ist auch was. Okay. Wir sind die Kapelle. Die Kapelle ist da, wo die Kapelle ist. Und was spinnt doch hier rum. So, jetzt suchen wir bloß noch die Kapelle. Was ist jetzt die Kapelle hier? Ach, hier hinten, wo sie rumfiedeln, okay. Das ist die Kapelle hier, okay. So, dann werden wir erstmal... Wo ist die Kapelle? Wo ist die Kapelle? Hier unten. Was ist denn unten? Fertig. Oder bin ich jetzt tot? Hab ich's geschafft? Boah, der will... Scheiße, muss ich nochmal... Muss ich nochmal machen. Scheiße. Ja, da runter komm ich aber irgendwie nicht. Da wird bei mir Haufen mehr angezeigt. Mehr? Ja, wenn ich hier über das Dings drüber fliege. Ich muss nochmal machen. Die haben mich grad kaputt gemacht, die Dreckschweine. Ja, ja, das Auge steht unter eurer Kontrolle. Ich weiß. Auge von Araros. Irgendwas stimmt hier bei mir nicht. Ich seh euch nicht mal auf der Karte. Da ist so eine Hedrin und noch auf. Höh! Ha! Yeehr! YAAH! Hur, ughh! Ha! Hm. Ja, ja... Kau! Ja, ja. Hm... Ja, ja. m habt ihr schon alles nö, ihn fehlt mir noch mir fehlt die Kapelle jetzt hab ich so komm ich jetzt zurück ich würde sagen einfach das Auge verlassen stimmt, abbrechen jawohl so, mal gucken was der Big Boss hier wer will alles leben muss enden ja, das stimmt alles leben muss enden vernichtet alle die sich gegen uns so, was will jetzt hier Graf Koks und wir müssen eine Etage tiefer ich glaube wir müssen eine Etage tiefer aber na, kann auch sein ich hab das so lange nie mal gezockt, ey ja, Etage tiefer steht der komische Typ da der hässlige zu wen sollen wir jetzt hier zu hoch, Lord Darion Morghain gehorcht oder werdet vernichtet okay, dann verlasse ich mich vernichten zieht los und richtet Chaos und Verwüstung an Chaos und Verwüstung ich bin dabei das kann ich gut Chaos und Verwüstung okay dann lasse ich dich halt in Ruhe wenn du mich nicht willst Drecksau alle müssen nämlich verstoßen das merke ich mir so, mal gucken was der Greifenkommandant hier will na gut, Geiselkommandant, der fast das selber so, ich geh jetzt runter, lad okay oh, was ist denn da los? wer kam schon da schon wieder rum? so, und jetzt wird's schwieriger Prinz Valana Zeit ist gekommen der Reiter, was ist denn der Reiter von mir? ah, jetzt müssen wir das Pferd noch holen, ey oh, ich hasse sowas, ey so, und was ist jetzt hier mit dem? oh, gibt's noch so viele Quests, ey und dann müssen wir, glaube ich, die Pferde holen die Pfeile holen kommt auf den Punkt naja, 15 Sauronid Pfeiler und dann noch hier komisch, kom, gegen die komischen Typen kämpfen wer hat mir jetzt dann mitfliegen? na, komm mal okay, die erste Scheiße hin und her loben, wenn du in die Zeit hier morgen ist auch noch ein Tag duelle, na, ich mach's mal, die, 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 die duelle fertig und dann, was geht's los? sind wir nicht weg? ich fordere euch heraus, todesre Dame na, ich mach dich kaputt die Zeit für ein Du-du-du-du-du-du-du-du dua na komm, greif an ja, na, ja, so nach dem Motto welche Duel терри broccoli деле? ich mach gerade Duel gegen ... mina Kollegen hier musst hier einfach nur die Bots dann quatschen und herausfangen die Bots? und immer fertig macht er das dann schön fertig, mach dass ganz schön du musst es auch machen Tack doch wenn er die werden hier auch gut geschriekt und verraten die erhebungen ich hab nur mehr zu stehen obwohl ich gerade erst den besiegt haben ich kann dieses Ziel nicht angreifen ich kann dieses Ziel nicht angreifen 3 2 1 was ist das für ein bot hier alter das ist ja schon wieder klack 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 tot ey fertig wir können uns direkt jetzt hier runter stürzen ja schauen wir mal wo bleibt ein kleines sind die leyen sind die mumu liebe ich bin ja schon auf dem weg ja mumu liebe ich finde das viel so geil wie der schwanz wacke hinten das ist echt eine wacke das freundlich auf schwänzen stehen lecker ja das ist meine kleinen wacke naja von der mu von der was von der mu ja von der mu von der mu mu äh ach leute mann ihr wisst doch wie ich meine woran ihr schon wieder denkt ich denke auf gar nichts wir denken immer nur an mu 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 da das wird nicht wirken das wird nicht wirken das wird nicht wirken ich hab grad äh ein komisches Bild im Kopf gehabt nach den Aussagen von euch oh ne der Hauptmann alter ne mu mu mit nem Schwanz dran naja ii sehr merkwürdig egal lassen wir das Thema nur bitte ja so sie gibt's denn hier zu halloween auch sowas wurde hier äh so ein so ein Dings anstecken muss so ein Schwanz wow ne coole 2handaxt cool die schlechter ist als mit schwertwerdwaren toll was schreit ihr denn hier rum? ja ich töte die sie rumplären müssen ja ohne Scheiss ja sammel du mal die krieg die Pfeile hoch? nö muss ich selber sammeln ich kann das jetzt ich sammel hier an dem einen Pfeil, hab ich drei Pfeile hier sammelt echt krass zum Glück hast auch nur du ja was haben wir hier ja die haben gedacht, Mensch der hat schon DK hochgelevelt auf 19 den brauchen wir, können wir ein paar schenken schönen Dank auch, ja schon wieder, drei Pfeile an den Pfeil irgendwas macht der falsch mhm der hat von einem Hund verfolgt nicht mehr Drecksküttel was ist denn letztlich, alter also der Hund ja, der kriegt sich bloß raus jetzt was denn hab ich von hier geredet du bist da du bist da mein liebes mach dich kaputt ja ich bin wieder so ein Köter am Arsch ziehst du die Hunde magisch an, ma na steh drauf böh du kannst immer schreien hier, dass ne Jungfrau da hat deswegen hab ich den Ton aus ich find den, ich find's cool mit Ton Was brauche ich jetzt noch? Pferdediebstahl erfolgreich. Na, da musst du aber aufpassen, da gibt es einen Trick dabei. Ich habe das schon mal gemacht. Aber ich denke, ich habe es garantiert schon wieder vergessen, wie es funktioniert. Irgendwie schnell das Pferdchen klauen, ey. Irgendwie ganz schnell. Ja, ganz, ganz schnell. Bevor der scharlachrote Hauptmann kommt, nicht kaputt macht. Die Frage ist nur, wenn ich nehme es, ey. Sonst habe ich mir mal ein kleines geschnappt. Ich schnapp mir wieder so ein kleines, ey. Das fällt nie auf. Egal, weil die waren eh alle gleich, dann. Lauf! Lauf! Ich habe ein kleines, ey. Oh, nee, der Hauptmann. Schnell weg. Schnell weg. Hoffentlich hat er mich jetzt nicht gesehen, ey. Die Direxbude, ey. Wo musste ich denn das Pferdchen überhaupt abgeben? Ne, oben bei... Ismael. Hässt du Ismael? Ich bin gerade ziemlich im Arsch. Warum? Ich werde angegriffen. Vom Hauptmann, oder was? Ja, ich glaube, ja. Hä? Hä? Ja, du bist gerade ziemlich tot. Wo ist denn der Typ? Der läuft da seine Runde, musst du aufpassen. Nein, die haben mich vom Pferd getriffen. Na toll, ja. Na gut. Bist du ja wieder da. So, versuche ich mal mein Glück, wa? Ja, es war doch ganz einfach. Drauf setzen, Speed geben und abhauen. Sagst du. Ne, siehst du doch. Ich habe meinen schon abgegeben. Schön. Ich muss erstmal gucken, wo der Ficker hier ist. Der wer? Da ist der. Stallmeister. Was soll ich denn jetzt machen? Die Herausforderung des Reiters, hä? Ja. Besonders, jetzt muss ich hier mir ein Pferd holen, was ich schon besitze. Ist doch egal, das ist näher allgleich. Wo ist denn die Herausforderung des Reiters? Doof. Du musst dich in eine andere Welt telepathieren. Na, das passiert ja schon von alleine, aber wo ist der Reiter? Unten, unten, unten. Wieder da, wo du das Pferd geholt hast, in der Nähe. Geh jetzt aber schnell weg hier, Alter. Ist er nämlich gerade nicht da. Jetzt kommt der andere Typ wieder. Schnell weg. Schnell hin vor Ort, drei Pferdchen. Jetzt haben wir es aber nochmal geschafft, ey. Schön. Gummie. Gestohlenes Pferd abgeben. Wem gebe ich denn das eigentlich ab? Bei dir? Ne. Bei Graf Ignaz. Ich möchte bitte mein Pferd abgeben. Oh, wo bin ich denn jetzt? Hast du mir jetzt Pferd geklaut? Die Drecksau. Guck dir auch beim Kämpfen zu. Weil, boten sie sich alle gegeneinander aus, ja. Oh Gott, schattenhafter Typ da. Hände an die Zügel, sonst wisst du nicht, wo den muss. Toll. Hör auf die Frau. Frauen wissen, wie man reitet. Wo müssen wir die jetzt abgeben? Ach, hier, dunkler Reiter von Ascha mit Dingsbumster. Hallo. Bleib doch mal stehen. Ich bin eine nette Dekka von nebenan. Komm, ich zeige euch. Ruf ich denn den Pferd jetzt, ja. Den willst du rufen? Ruf die ein, musst du drücken. Juh, da ist er. Oh, bei mir hat es noch abklingt, leid. Ich hab den irgendwo unterwegs gerufen. Und das dauert noch. Ist er tot. Aufsetzen! Speed geben. Salanar, der Reiter. Geil. Wo ist er denn da? Ich hab Breitgater und heute schon besitze. Beeindruckend, Todesritter. Kehrt zu mir in die Welt der Lebenden zurück, um eure Blut zu erhalten. Boah, ich hab Stufe 56 hier. Loser. Ich freu mich. Was ist mit dir? Hey, ich hab mein Pferdchen. Huh. Scheiße, war das ja nicht so, dass die Gegenstände sich automatisch anlegen? Nee, wa? Äh, sind doch, sind doch alles dieselben Umhänge, oder bin ich jetzt blind? Nein, das sind nicht dieselben Umhänge. Ach so, Schattenwiderstand auf das Zeug. Ja, und das bräuch ich davon jetzt? Genau, eine Ahnung. Reugne mir den, der mir am besten gefällt. Wollte die auch gerade sagen. Naja, da ist die Auswahl jetzt ziemlich schnell getroffen. Aber mir hat der Erste am besten gefallen. Meiner, ich. Mir der Letzte. Alter, wie hab ich jetzt gelernt, ey? Okay. Okay. Hm? Blutseuche. Bist ja voll die Seuche, Alter. Na, komm her. Kommt auf den Punkt. Jo. Geleidet euch wohl. Was, ich leide mich wohl? So. Wo ist denn Papa jetzt hin? Haben wir eigentlich sowas wie einen Briefkasten hier irgendwo? Keine Ahnung. Dammtags. Ich find das Vieh so cool, ey. Hab ich nicht hier noch ein Aachenbuch? Bla, bla, bla. Was für ein Vieh. Na, mein Reittier. Das Schwänzchen, ey. Frauen und... Naja, das sag ich jetzt nicht. Kannst mir schon denken, was ich sagen wollte. Ach, wir sollen hier die... Och, nein. Ich hasse diese Quest. Dein Jack, oder wat? Boah, ich hab mal Erfolg gekriegt, weil ich 50 Quests abgeschlossen hab. So lange hab ich den Charakter noch nicht an. Schön. Ich weiß ja auch nicht, wie ich jetzt so 50 Quests abgeschlossen hab, aber war egal. Ich auch, Alter. Das hab ich ohnehin nicht. Oh, die Zeuche, ey. So, jetzt da unten hin. Wo unten hin? So. Irgendwo unten. Ganz tief unten. Au. Papa. Papa. Das Ding explodiert gar nicht. Lol. Fehlzünder, Fehlzünder. Hm. Ich glaub, da... Hm, der ist instant gestorben. Ich glaub, dafür gibt's Trick. Der ruft mich jetzt noch an. Ich weiß nicht. Na, hallo. Sind die... Etwa auch anwesend, endlich? Oh, endlich bin ich auch anwesend. Mensch. Serka-LP. Nee, kann ja nicht. Du bist ja auch da. Endlich. Da ist sogar noch jemals. Ach, ich bin endlich in die Compi-Renge gezogen, ey. Endlich. Und ey, ich schreib' euch alle an. Ich bin da. Schon bestimmt vor 10, 20 Minuten oder so. Keiner reagiert. Ja, aber wenn wir grad zocken, muss ein bisschen blöd mit reagieren, weißt du? Ja, ja, ja. Wir spielen alle WoW. Kannst du da rausgehen? Okay, also... Nein, du bleibst hier. Björn, bitte. Nur wenn er mitspielt. Siehst du, ich werde hier genötigt. Hier, ich weiß jetzt, wo mein Fraps gehangen hat. Wie geht denn das hier? Wieso habt ihr ja alle hier so eine Vieche? Ja, aber das können das nicht. Ja, und wieso hab ich den? Warum? Ich hoffe, das ist keine Ahnung. Du, die quätschig macht. Mama? Wie hab ich jetzt eigentlich schon? Gott. Oh, meine Nase ist auf die Scheiße. Nee, eins, zwei, drei. Hey, ich hab noch Gorkchins. Wie geht denn das? Du hast so'n Ding, was du auf die Typen werfen musst. Du darfst die aber nicht direkt hinwerfen, weil sonst kommen die Geister. Ach, verdammt. Ja, und nun, deswegen hab ich doch aber nicht so'n Ghoul. Naja, die darfst du nicht direkt spawnen aus den Viechern. Also aus den Minenarbeitern. Und wenn es nicht klappt, dann kommen die Geister. Oh, ich hab einen. Du lügst. Waaat? Und überzeugt. Waaat? Oh mein Gott. Was denn? Scanning. Carbon Basic. Organic. Live from Detectic. What? What say you? Naja, also mich spricht hier gerade so'ne andere Space Keys an. Okay. Äh. Sag mal, hatten wir die Woche nicht noch irgendwas vor? Björnilein? Weiß ich nicht. Als Starbound? Starbound! Genau. Die Serie. Ich rieche Fleisch in der Nähe. Wie haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünfe brauchen wir noch. Das ist gut möglich, ja. Ja, fünfe. Ich hab's doch auch eh. Genau, würden wir ja auch noch aufnehmen. Aber ja, jetzt hab ich fünfe. Gib mir Gehirne. Simi, ich denke halt schon wieder. Reicht das nicht auch, wenn Ena abgibt und kriegen dann alle fünf? Nein. Klar, bestimmt. Wenn du Schlenker hast, funktioniert das nicht. Genau. Habt ihr euch jetzt verschworen gegen mich, oder was? Warte kurz, bevor ich Ja sage. Ihr seid so gemeint zu mir, ey. Ihr kriegt morgen nichts zu Ostern. Hä, was kriegen wir jetzt zu Ostern? Ich krieg was zu Ostern. Beziehungsweise steckt der schon in meinem Auto. Das weißt du doch nicht. Na doch, steckt der schon in meinem Auto. Das weißt du doch nicht. Ich weiß, was ich dem die Morgen zu Ostern schenke. Oh Gott, ey, jetzt komme ich auf richtig doofe Gedanken. Andy, lass hör auf zu reden. Ah, geil. Stopp. Und nein, ich möchte keine bunt bemalten Ostereier haben. Ja, du musst meine Ostereier kriegen. Und nein, ich möchte auch kein Geschenk zu Weihnachten dann noch haben. Stopp, du willst von mir ein Weihnachtsgeschenk haben. Äh, ein Ostergeschenk. Na ja, zu Ostern wird's getrieben und zu Weihnachten kommt's dann. Na schön, Schrank, Andy, lass mal. Ey, hallo, man kann auch verhüten. Die kennen sowas nicht, die kommen vom Polen. 35 Kilometer von Polen entfernt. Hallo, hallo, hallo. Stimmt, deswegen war ich in meinem Leben hier auch schon einmal schwanger. Stimmt. Was, du warst schon schwanger in deinem Leben? Ja. Wie, jetzt echt? Nach fünf Minuten? Das war ironisch, Mann. So, ich hätt's dir jetzt zugetraut. Ja. Ach, das hab ich jetzt voll abgekurft, ey. Jetzt bin ich ja voll auf den Leim gegangen, ey. Auf den Leim gegangen. Hä, wie soll ich denn? Klar, ich bin jetzt gerade schwanger, ey. Oh Gott. Alle rennen weg. Ah, sind die schwanger. Meiner ist es nicht. Ah, schnell weg. Oh, ich fang da schon wieder an zu heulen, ey. Vor allem, wie meine Ma das letzte Mal zu mir gesagt hat, ich bin ein Bastard, ey. Tja. Du bist, was du isst. Genau. Mein Bruder ist es ja nachträglich nicht mehr. Ich schon. Und ich werd's auch immer bleiben, ey. Oh Mann, ey. Oh Gott. Was denn, meine Erzeuger sind 80 tief? Den würd's ja nicht mehr ausgraben und heiraten können. Dafür liegt der schon 15 Jahre tief. Na toll. Was lernen wir daraus? Na, hat er. Die Serie. Auf RTL. RTL. Wie geht denn das mit den 100 Schallachroten Verteidiger-Schlag? Dann gehst du zur Mine, gehst ein Stück hoch, da steht ein Kahn, der glitzert, und da springst du rein, dann zieht sich der alte Knecht zum Schiff. Was soll ich machen? Du hast dich schlecht gelassen. Ich erklär's dir nochmal. Hier oben steht ein Dixi-Klo neben der Mine. Da machst du rein. Da, und da ist, da ist, da ist denn so ne olle Karre. Da gehst du rein. Da musst du rinspringen. Ach so. Also eigentlich ist das, glaub ich, eher ein Klumpf-Klo, aber hat die Form vom Dixi-Klo, ne? Geh einfach da rein. Und ist aus Holz. Geh da einfach rein.